1, 2, 1, Feuer! So, wo sind wir jetzt hier? Beim Paintball. Jetzt gehen wir unseren Knarren mal holen. Also, wer getroffen ist, hebt den A und geht dann hier rein. Ihr wartet jetzt hier. Ihr müsst uns dann finden, oder? Wir müssen euch finden. Wir gehen da hinten hin. Wenn wir fertig sind, rufen wir. Ist eigentlich immer ganz einfach. Einer schießt, einer läuft. Können wir runter gehen. Max! Komm mal weiter vor. So. 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 Geh vor, Box. Geh vor! Treffer? Ja! Yeah! Ok, jetzt spielt Safira mit mir. Ok. So, pass auf Safira, ich geh vor. Ok, jetzt... Wer ist getroffen? Dann gib dir Anruf. Rettig auf! Ja! 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 Wer ist getroffen? Dann gib dir Anruf. Ja! Ja! Getroffen! 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 Ok, los! Ach, ist auf. Diese Merowing. Está gut. Fertig. Ja! Ja, aus! Da! Ja, das war... Ob Western Bernd, und so... Jetzt san Escahanmachen... Vierd Ska-Achepa! Vierd Ska-Achepa! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Alles klar? Ja. Viel was hinten in der Box. Ein Zettrick ist vorne dran. Ein Zettrick ist vorne dran. Ein Zettrick ist vorne dran. Bist du auch kapiert? Nee. So. Haben wir noch ein bisschen? Ich hab noch ein bisschen Mühe zu. Ich hab noch. So. Oh. So. 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 So.